Im Herbst 2013 hat das Soziokratiezentrum Österreich feierlich seinen Sitz in Wien eröffnet. Unser Ziel ist es, die Soziokratie als moderne Organisationsform in möglichst vielen Bereichen zu integrieren und damit den notwendigen Wandel in unserer Gesellschaft auf allen Ebenen zu unterstützen. Egal ob in der Politik, in der Wirtschaft, im Gesundheits- oder im Bildungssystem, ob in Vereinstrukturen oder in der Familie, überall wo Menschen miteinander im Austausch stehen, bietet die Soziokratie zielführende Methoden an, welche einfach und schnell zu Lösungen führen. Dabei wird das Potenzial aller Beteiligten mit einbezogen, wodurch die bestmögliche Entscheidung gewährleistet ist. Wir freuen uns, Sie und Ihre Organisation auf Ihrem Weg zum Erfolg begleiten zu dürfen.